Weil ihr euch längst ein Urteil gebildet hattet. Dein Onkel packte seinen Kram zusammen und ist nie wieder zur Arbeit erschienen. Und wieso hast du dich nicht mit ihm ausgesprochen? Das sind alles nur Ausreden. Entweder gab es nichts zu erklären oder wir waren es dir nicht wert. Kim, das stimmt nicht. Und wie konntet ihr mir nur zutrauen, ein Massaker zu befehlen? Ihr habt mich doch gekannt. Das dachte ich zumindest. Ich dachte auch, dass wir über alles reden und uns alles erzählen können. Über diese Sache kann ich aber nicht reden. Und weshalb bist du dann hier? Ich wollte Yano mit was bitten. Und worum? Um die Aufzeichnung in seiner Tibet-Expedition. Das ist der einzige Grund? Ja. Ich verstehe. Wofür brauchst du die Aufzeichnungen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, das kannst du mir also auch nicht sagen. Was denkst du dir eigentlich, Fenton Paddock? Du gehst jetzt besser. Kim, bitte. Diese Karten sind unheimlich wichtig für mich. Ach ja? Dann erklär mir weshalb. Wenn ich dir vertrauen soll, dann vertrau du mir auch oder geh mir aus den Augen. Kim, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Hallo Schätzchen. Bruder, da habe ich wohl ein kleines Rendezvous gestört. Schätzchen? Sind Sie eigentlich noch ganz klar im Kopf? Halt die Klappe und hör mir genau zu. Ich will die Karten haben, die der alte Buang auf seiner Tibet-Reise gezeichnet hat. Wo sind sie? Welche Karten? Und mein Onkel war nie in Tibet. Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Sonst werde ich ungemütlich. Ich will alle Aufzeichnungen, die er aus Tibet mitgebracht hat. Und beeil dich. Sonst muss ich dich auf meine ganz spezielle Art motivieren. Nun mach schon, gib sie mir. Alles in Ordnung? Ja. Wer ist das? Mun Tong, Chef einer Triade. Hier, nimm seine Pistole und behalt ihn im Auge. Ich schau mal kurz raus. Wo er ist, sind seine Schergen meist nicht weit. Dachte ich's mir doch. Zwei von denen bewachen den Vordereingang. Wie ich vermutet hab. Vor der Tür stehen noch zwei von denen. Warum will denn plötzlich jeder diese Karten? Wie bitte? Kurz bevor mein Onkel starb, tauchte Richard hier auf, dann du und jetzt diese Typen. Ich will wissen, was hier los ist. Richard? Hat Jenny ihm die Karten gezeigt? Ja, das ist jetzt ungefähr drei Wochen her. Und hat Richard die Karten mitgenommen? Nein, Onkel Wang hat ihm Kopien gemacht. Dann sind die Originale also noch hier? Ja, mein Onkel hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, dass ich gut darauf aufpassen soll. Okay, ich werd dir später alles erklären. Aber jetzt müssen wir hier schleunigst verschwinden. Ab sofort sind die hinter uns her. Und meiner Erfahrung nach ist mit denen nicht zu spaßen. Was ist denn an den Karten so besonders? Keine Ahnung. Und das soll ich dir glauben? Das solltest du, ja. Du wirst es mir also erklären? Ja, versprochen. Das ist deine letzte Chance, Fenton. Danke, Kim. Und jetzt? Wir müssen einen anderen Weg aus dem Haus finden. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nicht, dass ich wüsste. Ich war aber auch nur ein paar Mal hier und kenne mich im Haus nicht besonders gut aus. Keine Sorge. Mir fällt schon was ein. Irgendwie kommen wir hier raus, ohne dass die Typen uns sehen. Das ist gut. Ähm, was gibt's dir hier? Gibt's ein Spruchband? Ein Ziel ist nie zu hoch. Man steht nur zu tief. Was gibt's noch noch ein Spruchband? Über Vergangenes macht dir keine Sorgen. Dem Kommenden wende dich zu. Vielleicht sollte ich das beherzigen. Okay. Dokumente. Die Karten, die ich suche, hat Kim bereits bei sich. Ich sollte daher keine Zeit verschwenden. Okay. Was machst du eigentlich mit Krawattenschätzchen? Naja. Achso, die lebt ja bei ihrem Onkel. Hallo, Mundung. Kim und ich haben ihn voll erwischt. Wenn er wieder aufwacht, wird er ordentliche Kopfschmerzen haben. Und entsprechend sauer sein. Ja, dann sollten wir schnell weg. Was gibt's denn hier hinten? Noch ein Spruchband. Was man mühelos erreichen kann, ist gewöhnlich nicht der Mühe wert, erreicht zu werden. Mhm. Man steht noch auf dem Tisch. Ich sehe nichts, was uns bei unserer Flucht helfen könnte. Schade. Dann gehen wir mal... Ich muss vorsichtig sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Okay. Was? Ein Lampion. Im Lampion brennt eine Kerze. Können wir den mitnehmen? Er hängt sehr weit vorn. Wenn ich mich über die Brüstung lehne, könnten mich die Triadentypen bemerken. Mhm. Dann nehmen wir mal den Bambusstab und benutzen den Lampion. Der Bambusstab ist zwar lang genug, um den Lampion abzuhängen, aber ich befürchte, dass der mir an dem glatten Stab abrutschen würde. Na, tolle Wurst. Gut, ich muss also irgendwie den Nagel da rausbekommen. Was gibt's denn hier noch? Ähm, ein Auto. Der Wagen der Schläger. Ähm, Lampion und Triadenschläger. Ja gut, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Gibt's hier noch was? Ach, ein Spruchband und... Ja gut, sonst nichts. Zeitungsseiten. Die sind schon ein paar Wochen alt. Außerdem bin ich nicht zum Zeitunglesen hier. Gut, sonst gibt es hier auch nichts. Also gehen wir mal hier wieder raus. Und wir schauen mal das Fahrrad an. Ein Kinderfahrrad. Es ist an der Wand angekettet. Ein Kinderfahrrad. Mhm, gut. Ähm, wir müssen hier irgendwie an den Nagel kommen. Ich kann ihn nicht... Gut, ähm, Bambustab. Können wir den hier mit irgendwas kombinieren? Mit dem Nagel nicht. Was gibt's denn hier noch? Nagel, Blumentopf. Der Blumentopf hat überall Risse. Ich fass ihn besser nicht an. Er würde wahrscheinlich zerbrechen, wenn ich ihn bewege. Ja, Mimme. Fahrrad. Tür. Ähm... Gut. Was steht denn hier auf dem Spruchbarn? Hier steht, lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen. Eine alte Weisheit. Na toll. Ich weiß. Wart mal. Also. Ein hohler... Ein hohler Bambusstab. Hm. Gibt's hier? Nee. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch noch diesen Lampignon. Der Bambusstab ist zwar lang genug, um den Lampignon abzuhängen, aber ich befürchte, dass der mir an dem glatten Stab abrutschen würde. Also der Stab ist so glatt. Ziemlich unangenehme Zeit... Und penetrant dazu. Die scheinen mich heute Nacht zu verfolgen. Duft. Die lassen nicht mit sich reden. Diese Erfahrung habe ich heute ja schon gemacht. Okay. Gut. Also ich komme so nicht weiter. An das Rätsel kann ich mich aber nicht mehr so richtig gut erinnern. Ich weiß, dass ich es schon damals nicht konnte. Ah, ein Kleiderbügel. Ein einfacher Kleiderbügel. Nimm den doch mal mit. So. Und jetzt steck den doch mal hier an den Bambusstab. Perfekt. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und hier hin. Und... Das sollte klappen. Ich muss aber trotzdem vorsichtig sein. Häng mal den Lampion ab. So. Und jetzt gehen wir hier aus der Tür. So. Das machen wir jetzt mit dem Lampion. Wir hängen den... Versuchen wir mal den Nagel zu hängen. Das müsste ja eigentlich gehen. Hey, da ist ja ein Fenster. Wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht täuscht, müsste man durch das Fenster in die Gasse neben dem Haus gelangen. Ich sollte erst Kim holen und mit ihr gemeinsam von hier verschwinden. Na gut. Wir können gehen. Kim, ich habe draußen im Korridor ein Fenster gefunden. Lass uns von hier verschwinden. Na endlich. Der Kerl kann jeden Moment wieder zu sich kommen. Mann, das dauert. Der Boss müsste doch längst wieder da sein. Soll ich mal nachschauen, was da los ist? Nein, der Boss hat gesagt, dass wir hier warten sollen. Und Befehl ist Befehl. Oder willst du dich mit Muntong anlegen? Time-Modular. Fahne wird mit dem Transporter weg. Ich will erst schauen, ob die Luft rein ist. Weg. Weg. Ja. Und was war das dir? Fahr los, ich springe dann auf die Ladefläche. Hau mit dem LKW ab. Das sehe ich auch. Hol den Wagen. Okay. Verdammter Mist. Ich sollte versuchen, irgendwie auf den Truck zu kommen. Okay. Ähm, Ladestock mit Ladefläche. Gut, was machen wir jetzt? Ähm, ich glaube, ich weiß noch, wie es geht. Erstmal gib Gas. Schau schneller. Okay, mal schauen, was die Karre bringt. Kim. Abbremsen. Okay, wie du willst. Geschafft. Alles in Ordnung? Ja, drück auf die Tube. Kim, solange diese Typen uns verfolgen, darfst du dich zum Flughafen fahrt. Klingt gut. Und ich sehe hier Fireworks. Und ich sehe hier eine Scherbe. Die ich jetzt mal mit dem Haken ran hole. Macht das. Wow. Montong hat mich nur knapp verfehlt. Dafür habe er den Bambus statt glatt in der Mitte durchschossen. Können wir die schermen? Nee. Gut. Abbremsung. Okay, eine Kiste. Schade. Dann wechseln wir jetzt mal zu Kim. Was gibt's denn hier so? Cool. Was hast du denn hier noch so? Wir fänden auf Ladefläche einen Schlüssel. So. Gibst du den Schlüssel mal dem Herrn Paddock? Äh, ja. Passt. So. Und jetzt. Damit kannst du sicher die Kiste aufmachen. So. Hier ist dann mal jetzt ein paar Nehmann. Okay. Habe ich Raketen? Kann ich die... Ein alter Motorblock. Der Anzahl der Krümmer nach offensichtlich ein Fahrzylinder. Gut. Kannst du da die Feuerwerksraketen reinstecken? Die Raketen passen perfekt in die Feuerwerksraketen des Motorblocks. Gut. Hm. Ähm. Kann man das der Kim geben? Nee. Kann man hier überhaupt was... Ah ja, man kann da einen zerschossenen Bambusstab geben. Viel Spaß damit. Nee, damit kannst du jetzt wahrscheinlich hier... Den kannst du anzünden. Der Zigarrenanzünder wird nicht heiß genug, um den Stab zu entzünden. Okay. Kannst du denn noch irgendwas geben? Naseball... Das je... Nee. Ich müsste an die Scherbe kommen, aber ich wüsste nicht, wie ich das anstellen soll. Gibt's ja sonst noch was? Kimmel, LKW, Abdeckung oder... Scherbe. Nee, ich müsste die Scherbe... Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's nur diesen... Das ist ein Zigarrenanzüger. Wenn man ihn anschaltet, erhitzt er sich. Okay. Was kannst du denn hier so machen? Senden. Ähm, Sachen. Mhm, du lässt dir was einfallen. Okay, können wir irgendwas mit dem Motor machen? Ist da was dran? Nee. Eine unverschmierte Plage. Offensichtlich sind einige Motorteile darunter. Die Plage ist fest verschnürt. Ich kann sie nicht netzen. Okay, kannst du dem den zerschlossenen Bambusstab nochmal geben? Kannst du damit... Zum Glück ist der Bambusstab noch lang genug veranwärtig. Ah, ich bin ja auch dumm. So. Jetzt habe ich die Glasscherbe. Und mit der können wir jetzt sicher die Abdeckung hier abschneiden oder was auch immer wir damit machen. Ich konnte ein kleines Stück der Plane abschneiden.